Top 6 der verheerendsten Tsunamis Wissen Sie, was die größten Tsunamis der Welt waren? In diesem Video entdecken Sie einige der verheerendsten Tsunamis, die weltweit beobachtet wurden. Tsunamis sind ein riesiges Wasservolumen, das sich vertikal bewegt und durch verschiedene Gründe verursacht werden kann, unter anderem Vulkanausbrüche, Erdbeben, Erdrutsche. Dies sind einige der zerstörerischsten Tsunamis. Portugal, 1755 Etwa 60.000 Menschen sind in Lissabon durch einen Tsunami mit Wellen von 6 bis 20 Metern gestorben. Obwohl der Seismograf 1842 erfunden wurde, wird geschätzt, dass dieses Erdbeben eine geschätzte Stärke von 9 hatte. Das Beben dieses Erdbebens war sogar in Deutschland zu spüren.